Wenn die Rakilobau da reinfällt. Barrikaden bauen. Oh, was ist das Ziel da, Soldaten? Du, zehn hin, dann ist hier. Vier. Ich will keine Währung stehen, oder was? Sechs. Ja. Sieben. Ich glaube, ich muss es halt als Versorger machen, weil es ist auch Versorgermission. Neun. Na komm. Yay, hat nicht klappt. Das ist wunderbar. Gab es ja nicht irgendwo Schütze, die man aufbauen kann? Brauchst du welche, oder was? Ja. Äh, ehrlich gesagt nicht sicher. Oben vielleicht? Ne. Doch. Warte mal. Ne. Uno. Da, hier oben ist eins. Bei mir. Linke. Ich komme. Oder hier oben, ne? Treppe hoch. Da, hier ist direkt ein Geschütz. Aber ich bewache mal kurz die Brücke. Ne. Da gerade ist. Der ist doch auf der anderen Seite auch eins. Ne. Lustigerweise nicht. Die VG. Mal gucken, wie die ist, ey. Oh. Oh. Feinde. 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 Oben, oder was? Na toll. Bin unten. Oh, toi. Aber wow, Feinde. Was? Der ist mir hinterher gelaufen. Ne. Ha, 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 ha. Ich habe eine Schrotze. Die Feinde hatten genügend Ziele, um den Kampf für dich zu entscheiden. Was mache ich denn jetzt? Ne. Ich gehe mal hier hoch. Mal gucken. Der Überraschungseffekt. Jo. Immer diese Überlegung von wegen, lohnt es sich jetzt noch hinzulaufen, den vielleicht zu Messern. Na. Alarm. Alarm. Zwischen uns beiden. Hä? Im Zug jetzt. Im Zug. Na. Ich bin genau zu weit hinten reingesprungen, oder was? Aha. Ne. Ne. Dort war auch nichts. Na komm, lass mal kämpfen hier. Alfor. Na los. Schub. Oh. Ich habe... Na, toll. Okay. Oh. Ich habe das Gefühl, dass die oben sind. Oh, unten an der Brücke. Ja. Ja. Da drüben. Das ist verdammt gefährlich. Da drüben. Da drüben. Da drüben. Da drüben. Oha. Da drüben. Ja. Und da drüben. Aufpassen. Zielartkommen wird angegriffen. Das heißt, es ist mir da. Oha. 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 Und sonst kann ich so nicht alles Bisschen machen. Aufträge. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Standbefähigung. Ok. Ich bin mal wieder Sunny. Lebe, 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 Lebe! Das wird dir helfen. nein nein rechts im torbogen würde jetzt 100 kommst rechts noch einer noch eine ja ich hoffe der andere hilft jetzt links um die ecke wieder 8 uhr heilige wir haben die komprote gott auf die straße ich habe eine net geworfen er hat meine nate in der luft erschossen aber nicht den kill bekommen kim jongs Null. Keiner Name. Alle Einheiten, Ziel besser als nun verloren. Ja toll, nur. Ich seh nix. Raubfragen. Die Odin ist echt nicht wetzend. Das verdammte Ziel. Feuer ist damit mal, äh, Herausforderung. Hm. Ja. Warte mal, ich hol doch kurz das C hier. Wir verlieren Ziel Dora. Ach du meine Güte. Nicht. Aaaaaaah. Ernsthaft. So, ich bin jetzt selber holen. Ja egal. Achso, du bist mir doch hinterher gekommen. Au. So. Uh. Ist das weh. Ich flieg dich zusammen, ja. Was ist da los? Zwei Leute Nein Ich habe auf dich geachtet Killerpanda Was sind das für ein Name? Und das ist auch noch bei uns drin Ach du Scheiße Hallo? So Nein Ach Mann Das ist doch nicht wahr Das läuft richtig beschissen Alles klar Wir müssen das Ziel dort erobern Und gerade allein Killerpanda ist schuld Es wird doch noch neblig erhälter Ich weiß nicht, links oder rechts? Oh, vor uns Ja Oh Wir haben keine Schaufe Au Ah Selbst lauter Ich kann da nie hin Och nicht dein Ernst Ich versag deine Wunden So Ach Mann Ich fliege gerade nicht mehr durch Nein, was mache ich denn? Nein, es war zu früh umgesteckt Ach, wir haben zu neben Ziel Werther erobert Wir haben das Ziel eingelaufen Okay Okay Oh Okay Hier, brauchst du Hilfe? Danke dir mal! Geh' dir mal! Geh' dir mal! Geh' dir mal! Ah Mann, alles verbarrikadiert Alter, haben wir das hier zugebaut Mann Wieso aufsprengen? Naja, kein Bock Ey Oh, Panzer, Panzer Ja, dann geh' wir weg Auf Nö, du ruhig nicht Ich muss mir jetzt ordentlich spielen Oh Oh, einfach mal nicht treffen Ach du meine Fresse Ich wollte ihn doch noch holen Dumm, dümmer ich Was tut denn? Oh 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 Auffassen, Soldaten Seht ihr? Oh 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 Gott Wurde von draußen Beballert Was? Oh Gott Da ist einer Doll Ein paar mehr Oh 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 Das sollst du ankotzen Aua! Ob das was wird? Ich weiß ja nicht! Au! Au! Oh Gott! Ah! Außerhalb des Kampfgebiet! Was? Alter! Manu! Der hat uns aber ganz schön gut weggehöhlt. Was ist der denn? Ach der war doch ein... Hä? Das gibt's nicht ey! Von wo? Panzer! Au! Okay! Der brennt aber auch schon ganz schön. Ich bin geliefert! Hilfe! Unser Longhi der macht wieder nix ne? Ja komm! Feiglinge! John! Und tot! Danke! Danke! Ah! Oben! Danke! Ja ich würde da nicht so einfach rein stürmen! Guck links! Und? What? Wir halten jetzt viel Emil! Ich lasse dich nicht sterben! Ich lasse dich nicht sterben! Immer noch da draußen? Hä? Hä? Ich bin über uns! Ich bin über uns! Das Ziel dort! Nehm es ein! Hm? Das wär? Nö! Wow! Hm! Ja! Das war doof! Den hab ich, Bobby! Hä? Er lohnt mich! Ah! Fuck! Unter mir! In der Ecke! Scheiße! Scheiße! Helft mir! Boah! Alter! Verdammt nochmal! Der ist schon wieder! Achso! Nein! Bleiben! Boah! Oder auch nicht! Hier! Erste Hilfe! Ich denke, ich gehe in diese Richtung! Äh! Miete! Alter! Alter! Unter uns! Was? Ja, das war doof! Nein! Oh! Wie doof finde ich denn! In meiner Leiche ist einer! Wow! Okay! Drei Töter! Mann! Das ist unser! Der ist doch schon tot! Kann nicht spawnen! Wumms! Ich kann mich bestimmt da im Haus rum! Oder nach hinten! Oh! Oh! Ich wollte ihn jetzt noch holen! Oh Gott! Ich wollte ihn jetzt noch holen! Oh! Wo liegt der denn? Oh! Ich bin immer zu spät! Ich hab recht drauf! Oh! Nööööööööööe! Alter, mädels! aufzuschießen ein königreich für eine rakete auf die gerade ja nicht noch mal so als ich glaube wir müssen wir sparen bei alpha und dann gehen wir über die bricht über die melden was von hinten alter was ist da alles war schon auch weiter weg hallo ich bin begeistert du hast geschützt ich weiß nicht wo ich zu delio oder zu zählen ich kümmere mich um dich da drüben bleibt wachsamt das war doof war doch klar hätte ich ihn liegt Oh mein Gott Alter Ich bin nach Hause, bitte Ist doch nie wahr Und tot Und tot Okay, das zählt Na, ach komm Ey, warum ich, nur weil ich da oben in der Mitte stehe, so auf dem Podest Ist doch noch mehr Ich bin tot Ich bin getroffen, brauche es an die Seelta Wow Hilf mir, verdammt nochmal Und das andere klingt, dass ich... Ich hab keine Ahnung Aber ist nicht der Longy immer noch im Haus da dran Boah, es sind noch zwei oben Boah, er ist da Noch einer Oh Was hab ich denn da geboren Das ist viel zu dunkel Das waren alle Herr General Was ist Ihr Plan? Keine Ahnung Überleben Oh, ich hatte eine Rakete Oh, ich hatte eine Rakete Wir gehen zur Echo Genau da Es ist gefährlich Und dort Schinden Sie eine Bombe Eine Rakete Richtung Delta Ne, wir haben das noch schaffen Zeitlich, ich weiß ja nicht Sie werden es nicht herausfinden, wenn Sie es nicht probieren Delta ist unser Delta-Grid uns Zum falschen Ja stehen geblieben Im Kopf Oh Entschuldigung Entschuldigung Herr Kommandant Oh Gott Kommandant Ich entschuldige mich Alter Alter Was denn Jo Haftdynamite Ich hätte eine Rakete auf E schießen sollen Wir verlieren gleich Ziel Dora Soldaten Wir verlieren gleich Ziel Dora Soldaten Wir verlieren gleich Ziel Dora Soldaten Komm ich bin da Ich bin da Oh nein Oh ja Oh Wenn die Rakete überhaupt da reinfällt Jo Wie viele waren das denn? Overkill 1600 Punkte Alter Wie viele waren das? Wie viele waren das? Nimm sie eh auf Ich nehme gerade auf Ja aber Haha Ich weiß nicht wie viele das waren Es waren genug Seht euch das an Gefährlich oder? Jetzt hat es ihnen mal gelohnt Ah kommt schon Einer ist das? Unterarbeit Ziel Emil ist in unserer Hand Oh nein Kommt die Rache oder was? Das wäre es gewesen Habe ich noch was gerissen? Ah ja immerhin nicht Noch ein paar Kills haben wir rausgeholt mit der Rakete Das war nicht letztens Das war nicht letztens Vielen Dank.